In The River entdecken wir eine neue Welt. Entlang des Flusses erkunden wir Landschaften, sammeln Rohstoffe ein und errichten Gebäude. Jeder Spieler erhält eine solche Spielertafel. Der Hauptspielplan wird in die Mitte gelegt und mit Plättchen, Rohstoffen und Karten bestückt. Achtet dabei auf die richtige Seite des Spielplans für eure Spielerzahl und achtet auch bei den Rohstoffen auf die korrekte Anzahl, weil weniger als vier Spielern werden entsprechend viele Rohstoffe aussortiert. Nun erhält jeder Spieler ein erstes Landschaftsplättchen. Der Spieler rechts vom Startspieler sucht sich das erste Plättchen aus und legt es auf seine Tafel. Die anderen Spieler folgen reihum gegen den Uhrzeigersinn. Der Startspieler ist somit dann der letzte Spieler, der sich ein Plättchen nehmen darf. Entscheidet er sich beispielsweise für dieses Plättchen hier unten, für das Wiesenplättchen, hat er bereits eine erste Sonderfunktion, dazu gleich mehr. Die Plättchen werden dann bei jedem Spieler auf das erste freie Feld entlang des Flusses gelegt. Die weiteren Plättchen folgen dann dem Flusslauf. Wie gesagt, handelt es sich bei dem ersten Plättchen des Startspielers um ein Wiesenplättchen. Das macht dann was Besonderes. Hier beispielsweise hält der Spieler einmalig und sofort vier Steine. Diese muss er dann einlagern. Das gilt immer, wenn ein Spieler Rohstoffe erhält. Neurohstoffe müssen grundsätzlich in Lagerhäusern untergebracht werden. Das sind diese roten Scheunen hier. Sollte später einmal eine solche Scheune mit einem Plättchen überdeckt werden, so hat der Spieler noch die Möglichkeit, den Rohstoff zu verschieben, sofern noch eine weitere Scheune frei ist. Sollte der Spieler später einmal mehr Rohstoffe bekommen, als er Lagerfläche hat, so muss er sich entscheiden, welche Waren er lagert. Jetzt kann das eigentliche Spiel beginnen. Der Hauptspielplan zeigt verschiedene Schauplätze, auf denen dann immer Platz ist, um eigene Kundschafter einzusetzen. Der Startspieler beginnt, er setzt einen Kundschafter hier in diesem Bereich ein und darf sich hier eines der acht ausliegenden Landschaftsplättchen nehmen. Dies legt er dann auf das nächste freie Feld, seines Flusstableaus, also hier oben. Da können dann auch Felder überdeckt werden, die dann nicht mehr aktiv sind. Der nächste Spieler ist dran. Auch er nimmt einen Kundschafter von seinem Schiff, und stellt ihn dann auf dieses Rohstofffeld, hier auf das erste von zweien. So erhält der Spieler dann so viele Ziegel, wie er Produktionsstätten für Ziegel auf seiner Tafel findet. Das sind die runden Felder mit dem Ziegelsymbol. Insgesamt also hier ein vorgedrucktes und eines auf dem Plättchen, macht insgesamt zwei. Dazu kommt dann noch eine Bonusressource, weil er der erste Spieler war, der dieses Feld belegt hat. Somit erhält der Spieler drei Ziegel in seinen Vorrat. Diese muss er nun direkt wieder einlagern in seine Lagerhäuser. Und schon ist der nächste Spieler dran. Der grüne Spieler holt sich ebenfalls ein Landschaftsplättchen, das er dann auf seiner Tafel verbauen wird. Und der schwarze Spieler ist dann der letzte Spieler dieser Runde. Auch er stellt seinen Kundschafter hier in diesen Bereich. Zwei Felder gibt es da pro Farbe. Und sucht sich ein Landschaftsplättchen aus. Wie ihr seht, ist ein solcher Durchgang schnell gespielt. Das heißt, der blaue Spieler ist schon wieder am Zug, nimmt nun seinen zweiten Kundschafter und sucht sich wieder ein Einsetzfeld aus. Er geht diesmal hier rechts zu den Gebäuden. Dort finden wir zwei Felder für zwei beliebige Figuren. Hier kann der Spieler sich ein Gebäude reservieren. Er nimmt die Karte vom Spielplan und behält sie auf der Hand. So kann dann kein anderer Spieler ihm dieses Gebäude vor der Nase wegschnappen und zusätzlich zahlt der Spieler dann auch beim Errichten eine Ressource weniger. Auch der gelbe Spieler möchte sich gern ein Gebäude reservieren, nimmt also einen Kundschafter von seinem Schiff, setzt ihn hier ein und erhält dann die Karte, die er möchte, auf die Hand. Ab sofort können keine weiteren Gebäude mehr reserviert werden, denn hier befindet sich kein freies Feld mehr. Grün entscheidet sich dafür, neue Ressourcen einzusammeln. Er stellt sich in den Wald und erhält dann hier entsprechend seiner Produktionsstätten und dem Bonusfeld, das er belegt, Holz in seinen Vorrat. Der schwarze Spieler macht das gleiche mit Stein. Ihr wisst, die Ressourcen müssen dann wieder in freie Lagerhäuser eingelagert werden. Blau geht auf dieses Feld hier. Hier dürfen beliebig viele Figuren stehen. Er erhält eine Nahrung in Form dieses Truthahns. Nahrung dient als Joker für beliebige andere Ressourcen. Zu Beginn seines Zuges kann ein Spieler auch immer drei Ressourcen abgeben, um sich dafür eine Nahrung zu nehmen. Wir springen ein wenig nach vorne. Gelb ist wieder am Zug und errichtet diesmal ein Gebäude. Er könnte jetzt eines aus der offenen Auslage bauen oder eben ein reserviertes. Nimmt er ein reserviertes, zahlt er eine Ressource weniger, statt sechs Ziegel, also nur fünf. Genau, fünf Ziegel hat der Spieler hier in seinen Lagerhäusern liegen. Das heißt, er gibt diese ab, legt sie zurück in den Vorrat, der nun wieder für alle Spieler zugänglich ist und nimmt dann die Karte, die er nun erfüllt hat und schiebt sie hier rechts unter seine Spielertafel, sodass die Punkte verdeckt sind. Außerdem erhält der Spieler das oberste Bonusplättchen fürs Bauen. Hier also gleich sechs Siegpunkte, die er am Ende erhält. Dieses Plättchen legt er ebenfalls verdeckt ab, nämlich hier auf dieses freie Runde Feld. Gelb besitzt nun keine Kundschafter mehr. Grün stellt seinen letzten Kundschafter hier noch einmal auf dieses Feld, erhält dann nochmal ein neues Landschaftsplättchen, das ihn dann zum Beispiel in jeder Aufräumphase ein Holz beschert und am Spielende zwei Siegpunkte. Schwarz möchte der neue Startspieler werden, er stellt sich auf dieses Feld und erhält das Schiff. Besitzt kein Spieler mehr einen Kundschafter auf seinem Schiff, ist die Runde zu Ende. In der nun folgenden Aufräumphase erhalten die Spieler also dann ihre eventuellen Boni, nehmen ihre Kundschafter zurück auf ihr Schiff, die noch ausliegenden Landschaftsplättchen werden aus dem Spiel genommen und acht neue werden aufgedeckt. Darunter befinden sich hier auch wieder einige Wiesenplättchen. Das linke beispielsweise bringt dem Spieler einen Siegpunkt für jeden Kundschafter, den er am Ende noch besitzt. Das Plättchen rechts daneben erlaubt es zweimal Landschaftsplättchen zu vertauschen und dieses hier bringt nochmal einen Siegpunkt pro Landschaftsplättchen dieser Sorte. Die Gebäude werden dann wieder auf vier ergänzt und der Startspieler ist nun der Erste, der eine Aktion ausführen darf. Er stellt sich zum Beispiel hierher und reserviert sich dann dieses Gebäude. Schauen wir uns nun einmal an, was der blaue Spieler in dieser Runde so alles macht. Zunächst holt er sich ein neues Landschaftsplättchen. Im nächsten Zug stellt er sich dann in den Wald und er erhält entsprechend viel Holz. Dieses lagert er zunächst wieder ein. Mit seinem dritten Kundschafter wird er dann in einem weiteren Spielzug ein Gebäude errichten, und zwar dieses reservierte. Dafür benötigt er dreimal Holz, das ist vorhanden, dann fünfmal Stein. Da das Gebäude reserviert ist, kann er eine Ressource um eins reduzieren, heißt also vier Steine reichen. Und für den einen Ziegel, den er nicht besitzt, setzt er die Nahrung als Joker ein. Somit ist dieses Gebäude errichtet, wird hier hinter die Spieltafel geschoben, und der Spieler erhält wieder das oberste Bonusplättchen, legt es dann daneben auf das freie Rundefeld. Errichtet ein Spieler dann sein zweites Gebäude, legt er den Bonuschip auf das Feld, auf dem sich momentan noch dieser Kundschafter befindet. So wird der Kundschafter freigespielt, das heißt, dieser Kundschafter kann ab sofort mit eingesetzt werden. Allerdings reduziert sich die Anzahl der eigenen Kundschafter dann auch wieder, und zwar nach jeder Runde, in der der Spieler ein Feld belegt, neben dem ein Kundschafter abgebildet ist. Hier wird dann ein Kundschafter sesshaft, er geht dauerhaft aus dem Spiel. Das wiederholt sich dann auch auf weiteren Feldern entlang des Flusslaufs. Eine Aktion habe ich jetzt noch nicht beschrieben, und das ist das Austauschen von Landschaftsplättchen. Benutzt der Spieler diese Aktion, darf er ein vorhandenes Landschaftsplättchen auf seinem Spielplan mit einem anderen vertauschen. So kann er gleiche Landschaften untereinander legen, und das ist wichtig für die Entwertung. Das Spiel endet, wenn ein Spieler das letzte freie Feld entlang des Flusslaufs belegt oder sein fünftes Gebäude errichtet. Nach der laufenden Runde wird dann die Schlusswertung ausgelöst. Einige der eventuell vorhandenen Wiesenplättchen auf der eigenen Spielertafel liefern nun Siegpunkte. Dann wird geschaut, wie viele gleiche Landschaftsarten in jeder Spalte untereinander gelegt wurden. Dabei wird immer von oben ausgezählt. Zwei gleiche Landschaftsarten untereinander bringen zwei Siegpunkte, oder wie hier gleich drei Plättchen mit derselben Landschaftsart bringen dann gleich sechs Siegpunkte. Das wird dann Spalte für Spalte kontrolliert, doch Vorsicht! Liegt auch nur ein falsches Plättchen in der Auslage, das heißt hier beispielsweise das mittlere, so erhält der Spieler dann für diese Spalte gar keine Punkte, denn von oben gibt es keine durchgängige Verbindung. Nun gibt es noch Punkte für die eingesammelten Bonuschips und für die errichteten Gebäude, und für jeweils noch drei vorhandene Rohstoffe im eigenen Vorrat, sofern vorhanden. Wer nun die meisten Punkte gemacht hat, ist der Sieger.